Musik Das dürfte Grace Jones' gefragtesten Maxi-Single der 80er Jahre gewesen sein, Slave to the rhythm in Bloodet Remix. Doch bei uns wird's jetzt Spacey... Mit einer Technoidenplatte verabschiede ich mich. Bislang habe ich meistens Nucleus gespielt, jetzt spiele ich mal die Johnson Crew mit Space is the Place. Und ich sage Tschüss, Baba, danke fürs Zuhören. Entschuldigt die zahlreichen Versprecher bei den maltesischen Namen. Tschüss, Baba, sagt Charlie Prince mit der Johnson Crew. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017